Ja, Mabas, in die Richtung müssen wir noch, da waren wir noch nicht. So, Öfen. Da, durch war nichts. Ja, eigentlich durch. So, ich hab Kohle mit reingetan, ne? Ja, warte mal, ich verteilte es nochmal da, es geht ganz schneller. Ich müsste dann gleich auch mal zu den Öfen. Die sind bei uns denn bei euch, oder was? Ja, die sind bei uns, die Öfen. Nein. Cool. So, hier ist noch schön viel Eisen. Eisen, also Eisenprobleme, obwohl im Moment, wir haben mit, Kalken, hast du mehr Eisen reingetan? Äh, nein. Wir haben ja in dem Spieler mehr. Ähm, wir haben, wir brauchen 104 Eisen. Wir haben gerade... Also, wenn alle voll sind. Ja, normal, alle müssen auf jeden Fall, meiner Meinung nach müssen alle auf jeden Fall Eisen voll Equip haben. Oh. Oh, was ist da? So. Noch irgendwas gestoßt. Ne. Ist nix, na. Ich hab noch Eisen gefunden. Ich würde mal sagen, eine Kiesgrube. Revelpete. Äh, ist das wichtig. Hm. Vielleicht sein für jeden. Boah, Alter, ich hab auch Revelpete gefunden. Äh, am wichtigsten ist der Feuerstein. Den, den brauch ich für Feile. Äh. Also. Also. Feuerstein. Ja. Ich hab aber auch schon viele Feile, äh, fertig. Ja? Äh, bei Neonis oder was? Ja, ja. Ey, wir müssen auch auf die Bäume rauf, TC. Da sind ja auch Kissen. Das war, da war ich jetzt gerade eigentlich schon. Noch nicht auf Feilen, glaub ich. So, meine Spitzhacke ist kaputt. Wäre gut, wenn mir gleich jemand mal, äh, irgendwie Essen zubereiten könnte. Ich hab, ich hab, äh, 22 Brötchen. Bad Brötchen. Wir haben immer noch nicht den Stollen gefunden, ne? Einfach das Eisen reinholen, mal was. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gelesen habt. Ich baue jetzt, wie gesagt, jedem Team zehn weitere Eisenblöcke hin. Äh. Also Ironherze. Okay. Ey, sind Blöcke auch der Zug, okay? Sollten haben wir wissen. So. Ich hab hier noch neue Vorkommen gefunden. Boah, und richtig viel Eisen noch. Nice, Alter, nice. Ey, wir haben schon fast 15. Ach, guck mal, hier ist auch noch Eisen. Also ich find, die Runde läuft bisher nicht schlecht für uns. So, dann wollen wir mal. Ich bin nochmal gespannt, was der, was der Xen da rumtaktiert. Die rote Gefahr. Die rote Gefahr, Leute, die rote Gefahr. Wir sind, wir sind die blaue Gefahr. Wir beide waren ja blau. Du dunkel, ich, äh, zirnblau und du zirnkisblau. Ja. Die rote Gefahr. Aus dem Osten. Ich bin aus dem Osten, du Waffe. Ich bin aus dem Osten, okay. Das tut mir leid. Du Berliner Jung. Alter, ich hab so viel Eisen gefunden. Ich brauch, ich glaub, Kaik, wir brauchen gar kein Eisen mehr. Ey, wir haben schon 62. Ja, jetzt hat jedes Team 10 weiter. Wo hast du hier oben denn schon alles abgesucht? Oder nach Kisten und so? Ja. Wir finden auch die Endkiste mit den Feinen, aber die hast du ja. Ja. Da brauchte man ein Schwert. Ich hatte eben was und ich bekomme jetzt Schade. Also ich kann sagen, ein Team macht mal genau das Gegenteil von dem, was normalerweise die Teams machen. Was machen die denn? Das werdet ihr dann sehen. Kalken, wir sollten nicht sterben an Hunger, ne? Ich hab Hardcore aus. Gut. Hä? Und selbst mit Hardcore hab ich geguckt. Was wollen die denn machen? Sagst du, die macht, die sammeln gar nichts? Doch, doch. Das bauen die Eis. Die bauen nur an einer anderen Stelle. Lass mich raten, der Xen ist in dem Team. Hm. Ach, der Esedari. Der Esedari, der hat special Techniken entwickelt. Ja. The new Esedari. Jetzt auch mit neuer Minecraft-Technik oder was? Ich hab noch 46 Eisen. Wo seid ihr denn jetzt? Irgendwo in der Balachai. Oh, Kiste gefunden. Ne Tro... Kalken, Alter. Ich hab die Trolle-Lol-Lol-Kiste gefunden. Na, ist ne Rose drin. WTF? Ey, ich hab schon mal zu jedem Testplate und Hose. Ich sollte jetzt gleich mal runterkommen und meine Eisenvorräte vielleicht an den Mann bringen. Hast du gemerkt, wie da Kies runtergefallen ist? Ja. Wo? Als du die Trolle-Lol-Kiste geöffnet hast. Ne, da ist nix runtergefallen bei mir. Ja, okay, dann bist du nicht auf die Pressureplate gegangen. Hahaha. Alter. Haben wir ja noch Kohle drin. Aber ich kann dir sagen, ich würde mich ärgern, wenn ich dir nachher sagen werde, wenn ich dir nachher was sagen werde. Ja. Immer genau feilen. Die Züglich der Kiste. Okay, du machst das Essen. Ja, war's da? Wenn, dann müsste ich das jetzt als Chat schreiben, damit es jeder mitkommt. Guten. Kannst du doch noch eben kurz ein bisschen weiter... Achso. So, ich hab mal noch ein paar Kisten mitgebracht. Eloy, du kannst die Chesterplates und Rose mitnehmen. Achso. Ja. Essen nehm ich auch mal mit, das gibt dir auch Erfahrung. Was ist mit der Kiste? Haben wir schon Eisenschwerter? Ich hab keine Sticks gehabt, aber ich kann die locker craften. Sticks hab ich auch noch hier. Ja? Ja. Also jetzt was? Ah! Ich weiß, was mit der Kiste ist. Ey, ich brauch ne Eisenhacke. Schnell. Hätte ich dir das nicht gesagt. Ich hab Diamant gefunden. Ja, warte mal, ich mach ne Eisenspitzsacke, warte. Ich komm mal eben runter. Ja. Weil da ist auch Chesterplates so viel. Ich hab Diamant gefunden. Ich hab Diamant gefunden. Eine Minute, ist der Eing verschlossen? Könntest du mir das Fleisch noch geben? Alter, das wird so... Overtribe. So, hier. Der Eingang ist noch nicht zu. Hier, hier, Chesterplates. Äh, hier. Ähm, kann mir, kann mir einer vielleicht noch Fackeln machen? Eine Kiste habt ihr... Ah, Edoi hat die Eisenspitzsacke genommen. Achso, hier. Ich muss sagen, eine Kiste ist wirklich so, dass die fast von keinem Team entdeckt wird. Die hatten wir letztes Mal, glaub ich. Letztens beim Soulcent hab ich eine entdeckt. Ne, die hatte ich schon. Die hatte ich. HZT. Ähm... Ja, diesmal haben sie... Die eine, die da in der Ecke war. Hinter diesem... Hinter dem Eisen oder Gold oder so. Da war irgendwo noch eine. Ne, die meine ich nicht, aber... Trotzdem. Zwei Teams haben die. Und die Wände fallen. Äh... Ist unser... Unser Dings ist nicht zu, ne? Wollte ich nur nochmal so sagen. Mach das mal zu. Wo ist denn der? Mach jetzt die Schwerter. Oh, ich weiß nicht mehr, wo der ist, ne? Hier, glaub ich. Müsste ich hoch können. Äh... Alter, hier sind sogar noch mehr als nur zwei Diamanten. Drei Diamanten. Gut, dann kannst du dir... Du weißt ja schon was bauen. Schwert. Oder was meinst du? Die ersten sind schon in der Mitte. Ja. Ja, ein Schwert. So. Den Chant, äh... Mit Jeff, ich weiß nicht mehr, wo wir herkommen. Egal, wir ziehen locker gleich mit denen. Die haben... Wie viele Diamanten sind in der Mitte immer? Eins, zwei... Äh, fünf circa. Oh, da kommt der erste Fight zwischen zwei ganzen Teams. Okay, guck mal. Fünf Diamanten in der Mitte. Wir haben jetzt drei. Hä, hast du... Hast du die Diamanten an der Stelle, wo Kima die gefunden hatte, dann weggemacht? Ähm... Ja, ne? Ich weiß nicht, welche... Welche meintest du denn? Da gab's irgendwo an dem Bedrock, an der Seite irgendwo Diamanten mal. Das kann sein... Nee, das müsste eigentlich ungefähr die Position gewesen sein, wo die tolle LOL-Kiste ist. Ah, okay. Das kann gut sein, ja. Äh, wo ist der... wo ist der Crafting... Ah, da. Äh, hast du mal Sticks für mich? Umbruch? Äh, ja, hier. So... Äh, Feuerstein hat die in die Kiste gelegt. In wo? Enchanting Table, da. So, Diamantschwert rein. Scharpness eins. Eisenschwert zu viel. Sauber. Scharpness eins, Alter. Ich glaub, wir sind jetzt auf Vollbild, glaub ich, dann. Protection one. So, ich müsste mal was essen. Warte, ich mach jetzt, äh, Essen, warte. Wissen das? Hier. Hä, warum? Du kriegst Hühnchen, du kriegst Diät. Ich brauch noch was, äh, ich brauch noch einen Helm. Ja. Dankeschön. Ja, ich mach jetzt noch zwei, äh, Dinger. Ich brauch noch einen Helm auf jeden Fall, ich hab noch gar keinen Helm. Ja, ich muss auch vier Helm machen, sonst sind wir Vollbild. Und Fackeln bräuchte ich eventuell. So, äh, ich mach alles in die Kiste. Haben wir nicht genug Kohle oder so? So. Obwohl, doch, wir haben, wir haben von allem genug, oder? Wir brauchen gar nicht mehr suchen. Ich hab nur ne Kiste gefunden. Äh, wir sind Vollbild jetzt. Mit der Rüstung. So, das, nee. Ein Team lebt nur noch mit einer Person. Könnt ihr Feuerstein, äh, ins Dingslader packen, in die Kisten? Das wäre sehr nett. Oh, Mensch. Obwohl ich, boah. Ähm, Umbro, kannst du mir mal kurz fackeln? Obwohl, nee. Brauchst du nicht, kann ich selber machen. Hab ich mir gar keinen Helm genommen? Ach, ich hätte... Ich soll euch dran erinnern, dass ihr die Hose, wenn ihr sie versucht, noch mal zu enchanten, Level 1 bekommt. Ah, okay, zu spät. Gott hat sich erledigt. Went up in Fl- Oh, ich glaub, ich weiß, was passiert ist. Oh, ich glaub, was passiert ist, was passiert ist. Oh, ich glaub, was passiert ist. Oh, ich glaub, was passiert ist. Volle? Sonst, glaubst du ja vielleicht diejenigen, vielleicht... Ja, ich guck mal, ich guck mal. Das liegt nämlich. Gleich grenzt du diejenigen, aber anderen, die tot sind oder so, ich weiß nicht. Ich find, das nervt immer ein bisschen. Ja, wenn dann immer da steht werden. Oh, ja, es ist so. Oh, ja. Die Falle ist... Die Falle war effektiv. Kalken, du bist der Gott, Alter. So, was wollen wir denn hier noch? Die Falle war gut. Ähm... Hat jemand jetzt Feuersteine? Das ist... Ich hab mal alles hier reingepackt, was ich so kurz annehmen... Ich hab drei Feuersteine. Ah, okay, okay, brauchen wir nicht mehr. Wir haben genug Pfeile. Ich will noch ein... Okay, ich kann mir ein Feuerzeug bauen, aber... Ich will am besten... Ja, Feuerzeug. Warte, ich geb nochmal einen Feuerstein her. Ich hab einen. Ich hab noch ein bisschen Eisen in einen Haufen reingeliegt. Wie geht ein Dispenser? Braucht man einen... Äh, braucht man einen... Dispenser. Oh, Dispenser? Ich guck mal nach. Braucht man einen Stein um... Stein im Rahmen und mit einem Bogen? Ja, irgendwie sowas. Hat wer Sticks? Ich hab ein paar noch. Ja, ich brauch aber bloß drei. Warte. Warte, ich muss gucken. Das ist unten ein Redstone. Also prinzipiell rundherum... Äh, Koppel. Im Stollen warst du schon, Eloy. Und die Stollen sind in der Mitte einen Bogen. Okay. Weil, das würde ich da machen. Dann... Wo war ich? Im Stollen? Im Stollen? Nee, weiß ich nicht. War da... War da irgendjemand? Achso, nee. Nee, da war noch keiner von uns, WTF. Nee, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Hab den eben gesehen, aber ich musste ja noch eben oben das Loch zu machen. Gut. Stopp. Da kommt man nicht ordentlich hoch. Dann war ich jetzt im Stollen. Mach mir mal eine bessere... Hast du was gefunden? Ja, Kiste war drin. Schuss sicher. Was ist da drin? Bottle of Enchanting. Okay. Nein. Wow. Kann ich jetzt gleich noch meine anderen Rüstungs... Ey, Mama, du kannst deine Sachen verzaubern übrigens. Aber auch egal. Wer? Mabask. Was ist? Sachen verzaubern, Mabask. Rüstung verzaubern, also... Auf jeden Fall. Ich hab noch zwei Bottle of Enchanting. Ja, hau sie dir rein. Ja, da hau sie... Oh, herrlich. Gönn dir, trink. Trink, was da Zeug hält. Hier oben an der Decke, Kevin, war auch noch irgendwo... Ausziehen muss ich aber... Hast du sie schon weg? Ja, die ist weg, ne? Hier ist noch... Boah, hätten wir... Ah, da waren es Sugar Canes. Ich hab Sugar Canes mitgenommen. Guck mal in... Schwert. Umbruch. Umbruch, guck mal in der Kiste. Am besten alles. Guck mal in der Kiste. Ja, neun Sugar Canes. Na, okay, das ist eh sinnlos jetzt gerade. Okay, so. Weil... ...wie...